Ja, ich werde häufiger gefragt, ob der Homepage-Baukasten von Wix denn eigentlich kostenlos ist und dafür habe ich jetzt einmal dieses Video gemacht, um euch zu erklären, was so der Unterschied in diesen Preisen ist. Ich habe auf meinem Kanal auch schon so ein Video gemacht, das ist allerdings schon drei Jahre alt und die Preise, wie ihr seht, haben sich verändert. Die sind jetzt einerseits auf jeden Fall schon mal teurer geworden, aber es hat sich auch so ein bisschen was verändert. Früher hatten die nämlich so ein Website-Paket und auch Business- und E-Commerce-Pakete, also wenn du einen Onlineshop erstellen wolltest, musstest du das nehmen. Und ansonsten ein Website-Paket, das haben die jetzt so ein bisschen aufgehoben und das nur noch in einem Paket, beziehungsweise diese Unterscheidung gibt es einfach nicht mehr. Ja, ganz kurz bevor es losgeht, ihr findet unter dem Video, wie ihr hier seht, auch den Link zu Wix. Da könnt ihr draufklicken und das Ganze kostenlos ausprobieren. Da landet ihr hier auf so einer Seite, da könnt ihr einfach dann eure E-Mail eingeben, auf Loslegen klicken und dann könnt ihr euch mit E-Mail-Adresse und einem Passwort oder mit Google und Facebook registrieren und mit Wix dann erstmal kostenlos anfangen, um das auszuprobieren. Das geht tatsächlich relativ weit, also man kann sehr viele Seiten damit erstellen, Fotos hochladen, Videos hochladen, Bilder verlinken und, und, und. Aber sobald man seine eigene Domain verbinden möchte, muss man upgraden. Ich zum Beispiel habe hier meine Domain julianweber.com auch mit Wix verbunden, also die ganze Seite ist mit Wix gebaut. Ich finde, die ist mir ganz gut gelungen. Hier findet ihr auch die Tutorials zu Wix, die kann man sich hier anschauen. Dann kommt man direkt auf die Blogposts, das könnt ihr nämlich auch mit Wix machen und könnt euch das hier angucken. Ich habe sogar ein ganz eigenes Website-Coaching auch für Wix gemacht. Das nur dazu, also Wix ist nicht kostenlos. Ihr könnt euch nur kostenlos anmelden, das Ganze ausprobieren und dann, sobald ihr upgraden wollt, landet ihr eben hier auf dieser Preisübersicht. Genau, und was ist jetzt der Unterschied? Eigentlich ist es relativ simpel. Ihr müsst eigentlich nur die Unterscheidung treffen, wollt ihr nur eine reine Webseite oder wollt ihr auch online verkaufen? Weil, wenn ihr nur eine reine Webseite wollt, könnt ihr mit dem Lite-Paket anfangen. Da habt ihr zwar nur zwei Gigabyte Speicher, aber ich sage mal, für ein paar Bilder, die auch komprimiert sind, reicht das durchaus aus, zwei Gigabyte. Aber sobald ihr eben online was verkaufen wollt, dann braucht ihr hier so eine Basic-E-Commerce-Lösung. Und zwar befähigt euch das dann eben online Zahlungen entgegenzunehmen, zum Beispiel mit Visa-Karte, Masterkarte, aber auch mit PayPal, Klana, American Express und was es da alles so gibt. Und das müsst ihr halt eben in diesem Core-Paket dann buchen. Also die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, möchte ich was verkaufen? Und das muss nicht rein nur Online-Shop-Sachen sein, also nicht jetzt nur Turnschuhe oder Brillen oder so, sondern ihr könnt natürlich auch über Wix eigene Online-Kurse verkaufen oder digitale Produkte wie Bücher oder so könnt ihr verkaufen. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Buchungen anbieten über Wix. Das ist auch relativ cool gemacht, dass ihr eben Terminbuchung als Therapeut oder Masseur oder so oder auch als Restaurant könnt ihr da eben schon Sachen, Tickets online verkaufen. Also sobald irgendwo auf eurer Seite jemand eine Kreditkarte eingeben sollte oder können sollte, dann müsst ihr eben dieses Paket buchen. Keine Sorge, ihr könnt aber auch immer wieder upgraden. Also ihr könnt, wenn ihr mit dem Leitpaket anfangen, könnt ihr dann später auch auf Score wechseln, Business und Business Elite. Ich denke mal, Business Elite braucht jetzt für 170 Euro erstmal keiner von euch. Grundsätzlich habt ihr auch 14 Tage Geld zurück, also ihr habt eine Trial-Version und noch 14 Tage Geld zurück. Also ihr seid relativ safe auf dieser Seite, euch einfach zu registrieren und das Ganze mal auszuprobieren. Wir wollen jetzt aber einmal noch gucken, was denn da noch so Kosten für euch auf euch zukommen. Und zwar kann man hier die Pakete dann nochmal ein bisschen vergleichen. Und der Hauptunterschied ist, wie gesagt, diese E-Commerce-Funktion und ihr habt unterschiedliche Marketing-Tools. Das können wir uns gleich angucken, aber grundsätzlich bei allen bekommt ihr erstmal eine eigene Domain, kostenlos fürs erste Jahr. Und auch, es gibt kein Wix-Branding. Also die Seite ist dann nicht in Wix gebrandet. Speicherplatz, wie gesagt, 2 GB ist jetzt nicht so viel, wenn ihr Videos hochladet, aber für Bilder und Texte reicht das durchaus aus. Aber man kann auf Wix auch die eigenen Videos hochladen, zum Beispiel für euren Online-Kurs. Da wollt ihr ja nicht, dass die auf YouTube irgendwo zu finden sind. Dann könnt ihr eben dann hier zum Beispiel mit 50 GB da eben auch prima komprimierte Videos hochladen. Kundenkonto und so gibt es natürlich nur in diesem E-Commerce-Paket, also im Core. Und dann, ganz wichtig, die Marketing-Suite. Also das sind dann die Marketing-Funktionen, die ihr auf eurer Webseite habt. Und zwar habt ihr in diesem Leitpaket nur vier Lead-Generierungsformulare. Das heißt, ihr habt nur viermal die Möglichkeit, ein Kontaktfeld oder so eine Newsletter-Box unten anzuzeigen, wo jemand eben dann sein Lead, also seine E-Mail und seinen Namen eingeben kann. Und davon nur vier ist relativ wenig. Also für Kontaktfeld und Newsletter geht ja schon mal eins drauf. Wenn ihr dann noch eine Buchungsseite haben wollt, geht noch eins drauf. Also man kommt da relativ schnell auf vier Stück. Ich habe, glaube ich, acht oder so auf meiner Seite irgendwo. Also hier einmal nachdenken, ob ihr das braucht. Anzahl der Formularfelder ist okay, zehn Stück. Also man muss jetzt nicht mehr abfragen. Automatisierte Marketing-Tools, ja, ist auch sehr geil bei Wix, weil man kann E-Mails rausschicken. Also wenn sich jemand im Newsletter anmeldet, kann man eben automatisch ein E-Mail rausschicken. Oder wenn sich jemand im Chat meldet, kommt dann automatisch eine Nachricht hinterher. Und man kann intern auch im Team quasi so ein bisschen wie bei Trello Aufgaben hin und her schieben, dass eben jemand, wenn sich jemand gemeldet hat, automatisch die Aufgaben bekommt, einen Follow-up-Call oder so zu machen. Dann, was nicht im Leitpaket mit drin ist, ist der Website-Chat. Das ist sehr schade, weil dieser Chat ist eigentlich relativ cool, weil wenn Leute auf eurer Webseite landen, können die sich eben hier direkt melden. Und der wird dann auch automatisch begrüßt hier. Zum Beispiel bei mir ist das Moin, Julian hier, hast du eine Frage zum Tutorial oder zu einem meiner Kurse? Liebe Grüße. Und da bist du halt dann immer online und Leute können sich melden. Ihr kriegt die Nachricht dann auch automatisch aufs Handy. Das ist echt cool gemacht. Also die Funktion wäre für mich ein Argument, eben hier aufs Core-Paket zu switchen, weil Website-Chat eben auch relativ cool ist. Genau, Zahlungsmethoden hat man eh, nur wenn man Zahlungen auch annimmt. Das erklärt sich. Und Produktkatalog kann man bei allen über 50.000 Produkte anlegen, ist auch selbsterklärend. Und hier, da ist so ein bisschen der Unterschied zum Business-Paket. Man hat keine erweiterten Versandoptionen. Zum Beispiel drucke Versandetiketten, verwalte Auftrags-Fulfillment-Anfragen und so, Verknüpfung leistungsstarker Versand-Apps, also DHL oder Amazon oder so. Also da müsstet ihr individuell mal gucken, ob euer Paket das zulässt. Aber auch hier würde ich dann mit dem Core-Paket starten. Also ihr müsst grundsätzlich entweder, wenn ihr nur eine Webseite haben wollt, nehmt ihr das Light-Paket. Wenn ihr eine E-Commerce-Funktion habt, nehmt ihr das Core-Paket und dann könnt ihr später upgraden. Genau, das Buchungssystem ist natürlich in allen drin. Genau, ansonsten gibt es da jetzt aber auch keine großen Unterschiede. Also Kompliment an Wix, die haben es eigentlich relativ leicht gemacht, weil ihr euch nur die Frage stellen müsst, wollt ihr online verkaufen oder nicht. Und dann könnt ihr entweder im Light- oder im Core-Paket erstmal loslegen und ihr werdet dann automatisch irgendwann, zum Beispiel hier, wenn ihr bei vier Automatisierungsformularen angekommen seid, dann wird Wix euch automatisch natürlich darauf hinweisen, dass ihr eben upgraden müsst. Genau, ganz wichtig ist aber auch, viele denken, dabei bleibt es. Ihr müsst natürlich, wenn ihr online verkaufen wollt, im Core-Paket, habt ihr auch noch Servicegebühren für Wix-Payments. Das habe ich euch hier mal aufgerufen, das kann ich euch auch unter dem Video verlinken. Und das klingt jetzt erstmal sehr teuer, aber ihr werdet euch wundern, das ist tatsächlich immer so. Also wenn, sobald ihr Online-Kreditkartendaten annehmt, also egal ob Visa, Master, zahlt derjenige 30 Cent pro Transaktion und 2% von dem Transaktionsbetrag. Also wenn jemand für 100 Euro was bestellt, zahlt er 1,90 Euro, also 1,9% von dem Betrag, geht an Visa und Master, beziehungsweise an den Payment-Processor, hier Wix in dem Fall. Und bei Alipay zum Beispiel das gleiche, Google Pay auch und Wix Payments haben das eben hier für euch so zusammengefasst und das kommt auf euch zu, wenn ihr eben Online-Zahlung entgegennehmt. Ich war da beim ersten Mal auch relativ baff, dass ich das bezahlen muss, aber so ist es. Und das Gute ist zwar, ihr seid jetzt nicht an Wix Payments gebunden, sondern ihr könnt auch externe Anbieter wie zum Beispiel Stripe oder Molli anbieten. Das sind einfach andere Zahlungsdienstleister, aber die haben ungefähr die gleichen Beträge und deswegen macht das erst Sinn, wenn ihr wirklich richtig Marge, also wenn ihr richtig Volume habt, so 10.000 Euro im Online-Shop im Monat oder so, dann macht es Sinn, sich das mal anzugucken, aber für alles da drunter könnt ihr einfach mit Wix Payments loslegen, weil das ist eben da schon mit drin. Genau, Paypal zum Beispiel hat ja auch ganz andere Gebühren, die könntet ihr dann mit Paypal abfrühstücken. Das ist eben bei Paypal was anderes. Genau, und Rückerstattungsgebühren gibt es auch leider, also je nachdem, was ihr da zurückerstattet, kommen dann nochmal Kosten auf euch zu. Also das einmal hier durchlesen für EU-Länder, das sind natürlich dann wir, was da so auf euch zukommt und Paypal hat wie gesagt noch eigene. Die sind jetzt bei Wix Payments nicht mit drin, weil Wix Payments kein Paypal macht, sondern Paypal könnt ihr in Wix auch integrieren, aber Paypal ist immer eine eigene Payment-Lösung. Und Visa-Masterkarte werden halt in Payments zusammengefasst und die könnt ihr eben von Stripe, Molli oder eben von Wix Payments hier beziehen. Ja, und Wix lässt euch aber auch zu, dass ihr da Stripe zum Beispiel einbindet. Also es geht, aber wie gesagt, nur, dass ihr es gehört habt, die kommen auf jeden Fall Kosten auf euch zu. Ja, und dann neben den Zahlungen für das Paket und neben den Zahlungen, wenn ihr online verkaufen wollt, gibt es leider noch weitere Sachen, die man bezahlen muss. Und zwar braucht man natürlich noch eine eigene Domain. Ich empfehle immer, die über Wix direkt zu kaufen, weil dann habt ihr nicht die Mühe, die miteinander zu verbinden. Das kann ziemlich nervig sein, weil dann muss man so Nameserver und so austauschen. Ihr könnt auf jeden Fall DE-Domains und .com-Adressen könnt ihr über Wix kaufen. Wenn ihr jetzt was Exotischeres wollt, wie .berlin, .hamburg, .org, .net oder so, dann braucht ihr einen anderen Domain-Anbieter. Da empfehle ich immer IONOS oder Strato. Das kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dann könnt ihr die kaufen. Eine Domain, sage ich immer, die kostet im Jahr so um die 20 Euro. Das ist jetzt kein Riesenkosten, aber die müsstet ihr auch dazukaufen. Und das Einzige, was ein bisschen nervig ist bei Wix, man muss, wenn man eine geschäftliche E-Mail-Adresse haben will, zum Beispiel meine ist kontakt.julianweber.com, zahlt man, glaube ich, um die 5, 6 Euro im Monat nochmal für diese E-Mail-Adresse. Das kann sein, dass die das jetzt günstiger gemacht haben. Das sehe ich jetzt hier nicht. Man bekommt auf jeden Fall keine gratis E-Mail-Adresse dabei. Das sollte jetzt aber auch nicht entscheidend sein, dass ihr dann nicht Wix nehmt, weil diese geschäftliche E-Mail-Adresse, man muss die nicht nehmen. Man kann auch eine Weiterleitung an seine Gmail- oder Outlook-Adresse machen. Ich habe das jetzt gemacht, weil es einfach professioneller aussieht, wenn man kontakt.julianweber.com auch besitzt als E-Mail-Adresse. Aber das sind meine Kosten, die ich eben für meine Webseite hier, julianweber.com, habe. Ich zahle einmal das Paket, das Premium-Paket. Bei mir ist das noch ein altes von damals von dem Video, Premium-Paket Business Unlimited. Das wäre jetzt hier dieses Core-Paket. Und dann habe ich die Domain-Kosten 20 Euro und Geschäfts-E-Mail-Kosten so 60, 70 Euro im Jahr. Dann hat man die auch. Also die drei Sachen kommen auf jeden Fall auf euch zu. Plus, wenn ihr online verkauft, was ich ja auch mache, zum Beispiel, ich habe hier nämlich so ein Website-Coaching. Das ist so ein Online-Kurs, der nur für Wix da ist. Also ich erkläre in diesem Kurs alles zum Thema Wix. Den verkaufe ich hier für 290 Euro. Und dafür zahle ich dann eben, ja, Payment-Gebühren auch, weil den kann man eben dann auch mit Paypal, Visa, Master oder per Lastdrift sogar kaufen. Und dann zahle ich eben diese Service-Gebühren für die Payments auch. Ja, das war es auch schon. Wie gesagt, ich wollte einmal dieses Video, das drei Jahre alt ist, ein bisschen updaten. Das haben relativ viele von euch geguckt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr da seid, gerne einen Daumen hoch da lassen. Das zeigt YouTube einfach, dass das hier ein gutes Video war. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr mit Wix loslegen wollt, den Link findet ihr eben unterhalb von diesem Video. Und dann könnt ihr das darüber auf jeden Fall kostenlos testen. Und hilft gleichzeitig mir und meinem Kanal noch ein bisschen zu wachsen. Vielen, vielen Dank dafür. Ciao.